Fünfte Zeit für Leif Lampater. Es geht weiter mit dem viertplatzierten, bisher 130 Punkte, konnten sie versammeln. Zweimal Schweizer Vizemeister geworden. Sechster bei der Derni-EM in Hannover. Schweizer Vizemeister im Scratch und in der Einerverfolgung aus Scherzingen. Claudio Ibrus. 14,214. Viert schnellste Zeit für Claudio Ibrus. 14,214. Und nun auch eine der ganz, ganz großen im Radsport auf der Bahn.